Herzlich Willkommen und Glück auf auf der Gruppe Fortuna. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Liebe Gäste, herzlich willkommen im Vulkanium Schotten. Folgen Sie uns in die Ausstellung und erleben Sie eine Zeitreise durch die feurige Vergangenheit der Vulkanregion Vogelsberg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Willkommen im Lahn-Marmor-Museum-Filmar. Tauchen Sie ein in die Welt eines einzigartigen Gesteins, seine Entstehung im Devon vor 380 Millionen Jahren, seine Gewinnung und Bearbeitung und Anwendung seit über 400 Jahren. Wir befinden uns hier in dem Unika-Steinbruch, in dem mittel-devonischen Riff. Wir sind praktisch hier auf einem Meeresboden während der Zeit des Entstehens dieses Riffes. Und dieses Riff ist im Wesentlichen aufgebaut aus Korallen und Stromatoporen. Man hat einen sogenannten Wolf und man sieht es auch heute noch in allen Burgen, sogenannte Wolfslöcher. Man musste in den Block ein Loch machen, ungefähr in der Größe. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Guten Tag und herzlich willkommen! Wir stehen hier vor dem Holz- und Technikmuseum in Wettenberg-Wismar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine Route in der Universitätsstadt Marburg, eine Route, die eine besondere Person vorstellt. Wir befinden uns hier an einem historischen Ort, der sogenannten Bering-Villa. Wir haben jetzt das Stadtgebiet Marburg verlassen und befinden uns jetzt in der Umgebung. Hier sehen Sie das ehemalige Schlossberg-Laboratorium von Emil von Bering. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.